Wir spielen jetzt Mario Wonder. Das Problem ist, ich bin echt richtig schlecht. Okay, was ist das hier? Angriff der Spießeriche. Genau, wir waren hier in dieser komischen Zucker-Schnee-Dings-Welt. So. Was bist du denn für ein komischer Vogel? Mein Gott, was ist das hier? Die machen das Putt-Putt. Ich bin so dumm. Ich dachte so, ja, spring ich mal rein. Ich weiß nicht, warum mein Kopf ist. Ich dachte, ja, das ist eine gute Idee. Ach, du bist doch einer. Einer bist du. Oh, die machen mir Angst. Ich kann das nicht. Okay. Oh, das war die erste Munze. Nein, ich will da hoch. Oh, I did it. Alter, Schino hat mich angeguckt. Jetzt wäre ich gestört, aber vielleicht bin ich auch gestört. Ist okay. Was denn hier Schönes? Ich liebe, to be honest, ich liebe. Was bist du denn? Äh? Äh! Ich dachte, das ist ein Item oder so. War ein bisschen irritiert. Was ist hier? Nix, okay. Ja, hallo! I am scared. Ach, du Scheiße. Ach, du... Junge. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. I am so unla... Kann ich das nochmal machen? Haaah! Ja! Oh, fuck. Fuck, ich hab's verkackt einfach. Ich hab verschissen. Ich mach's Level nochmal. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Oh, du machst mir Angst, Alter. Hört auf! Nichts, wow, wow! Mann! Ui, ui, ui. Boing! Weißt du, ihr tut so, als wäre ich richtig experienced in Mario. So, als würde ich richtig... So, hätte ich so das Knowledge und dann... Okay, warte. Wuh, 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 wuh. Ah! Ah! Okay, ich krieg das hin. Einmal hier. Und wann muss ich dann drücken? Hier, bitte, bitte. Nein! Ich hab gedrückt! But nothing happened! Also, was ist denn... Muss ich die Sprung-Taste gedrückt halten oder die Rennen-Taste? Schon die Sprung-Taste gedrückt halten schon, oder wie? Ich halt jetzt mal beide gedrückt. Yeah! It did it! Es hat gefunktioniert mit Sprung-Taste gedrückt halten. Ja! Okay, da muss ich runter, aber ich will nicht da drunter. Ich rieche ein Secret. Ich rieche ein Secret. Ein Secret. Kommt in meine Nase. Habe ich mir das jetzt verkackt? Die Münze? Ich dachte, das... Nein! Ich hab das gelesen. Ich hab es wahrgenommen. Und ich hab nichts gemacht. Mein Brain einfach instant leer wieder. Okay, aber alle Münzen hab ich. Nur der Samen fehlt mir noch. Die sind so aggressiv. Oh Gott. Nein! Hör auf! Ich hab nichts gemacht! So, dann gehen wir noch mal rein hier. Es ist so klar, dass ich da genau reinspringe, ne? Ich bin gut. Ja, ich kann das Spiel. Ich kann das. Ich kann das nicht, Leute. Chat, ich kann das nicht. I only have one try. Ich kann das nicht. Hm? Ja! Ja! Ich habe es geschafft! Oh! Okay, was passiert jetzt? Oh, ich habe ein Zeitlimit. Fuck! Ich habe nicht ... Ich habe nicht ... Oh ... Ich bin tot! Oh mein Gott! Das ist so gut! So süß! Hä, das läuft ja weg. Yo, meine Münzis laufen weg, Leute. Ich glaube ich ... I guess I'm trippin'. Scheiße, also ich ... Das ist schon ganz schön cringe. Ich weiß nicht, warum ihr euch das anguckt. Ich ... Oh, ich hasse alles. Oh Gott! Okay, warte, wir kriegen das hin. Meine Münzis! Okay, wir kriegen das hin. Das Level ist schwieriger als es aussieht, okay. Ach, Mann, ich hasse ... Okay, warte, wir kriegen das hin. Okay, okay. Ach, Mann, ey, das ist doch auch wirklich belastend. Oh Gott! Komm schon, hier! Komm schon, komm schon! Ah! Oh ... Oh! Hahaha! Ich hab's geschafft, Bitches! I fucking did it! Haha! Ich hab nur echt oft ... Ja, ich war nur echt oft echt scheiße, Mann. Mmh.